Hallo Poring-Freunde, Hallo Poring-Friends. Heute geht es darum, was ihr beachten müsst, wenn ihr eine bemalte Leinwand übergießen wollt. Today I'm going to tell you what you have to do before you can pour over a painted canvas. Nothing. Nichts. Seht selbst. See for yourselves. Wenn auf dem Bild das ihr übergießen wollt Silikonöl ist, dann würde ich das entfernen, so wie ich das in meinem Video 32 gezeigt habe, aber ansonsten könnt ihr einfach fröhlich losgießen. If the painting that you are going to pour over had some silicone oil in it, you can remove it first as I showed in my video number 32, but otherwise you can just go ahead and pour away without any preparation whatsoever. Ich hoffe, das kurze Video hat euch Spaß gemacht und ihr gebt mal einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. I hope you liked this short video. Give me a thumbs up and subscribe to my channel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Thanks for watching. Tschüss. Bye.